Was muss denn die nehmen erstmal? Was geht? Sonst keine Terroristen hier sind? Wieso? Die kann man auch so blöd sein und sich da irgendwo hinstellen. Unbesiegbar. Zehn Abschlüsse nacheinander. Ohne Schaden einzustecken. Joa. Kann man... Vertreten muss man aber nicht. Ich vertrete mir erstmal die Beine. Ah. Ein Hammer. Das ist der Hammer. Höh. Granaten. Granaten sind ein bisschen blöd. Da muss man noch eine Granatenarbeit können. Hudl. Hudl. Joa. Hudl ist gut. Ich brauche noch ein Wummen, Alter. Muni. Auf jeden Fall. So. Ja, das sieht ja wieder gesund aus. 36 ist gut. Und dass sie nicht zugeht. Ich will nicht. Ich muss aber. Ich muss aber. Ich bin oben. Ich würde sie jetzt mal abknallen sollen. Oh. Komm ich hier durch? Nö. Muss ich hier rüber? Ja. Alter was hier abgeht. Ich muss weg hier. Kommt doch. Na kommt. Wieso schüchtern? Na gut dann komm ich hin zu euch. Meine Fresse. Leck mich doch am Sack. Irgendwann so eine scheiß Granaten ey. Wann das alle? Ich kenne nur South Park. Aha. Seelenband. Mein Bro hat den geilsten Job der Welt. Weißt du? Ja. So geht die Scheibe nicht kaputt. Der hat den geilsten Job der Welt. Der brauche hier nicht rum beratzen. Der brauche nur Seelenband sagen. Alter. Der weiß gar nicht wie gut das hat. Das weiß ich. Ist denn sehr froh. Wenn ich auch. Wenn... Wenn der jetzt speichert ne. Dann... Kommt mal vorbei da. Kommt mal vorbei da. Ich hab ne schöne Überraschung vor euch. Kommt mal vorbei da. So siehts aus. Was? Und hier anders. Das gesehen ist. Schon wieder diese Scheiß-Drecks-Typen. Alter. Was geht. Ich mach mal ne neue Position an hier. So. Ja natürlich. Nicht erwischen. Wär blöd. Nö. Macht er nicht. Wo ist der denn? Wo ist der Arsch? Komm hoch da. Ah die sind ziemlich nah. Ah. Ah die ist ja nicht. Und der Wichser. Kommt da. Wuh. Was ist der denn da hinten? Kommt mal hoch da. Ja. Schrei mal ruhig. Warte mal. Geht in den Garnschuss. So. Alter. Was hier abgeht. Ah. Oh. Wird die voll? Wird die voll? Man kann die auch nutzen. So. Das auch mal rein. Den brauche ich auch nicht. Oh Messer. Entschuldigung. Kommt hier rein? Geht's euch.. Geht's euch.. Geht's euch zu gut hier? Oder was? Brüder, Wichser. Da fragt man sich immer, was geht. Machen wir mal hoch, ne? Wieso ist da ein Scharfschützengewehr, wieso ist das Scharfschützengewehr nun? Muss ich da etwa von Weitem machen? Error code 34, rebooting door system, 0% complete, 30% complete, stand by. Never as simple as you'd like, is it? Was zur Hölle? Oh Scheiße. Verdammt. Oh, ist die anderen noch, oder was? Die Stärben, Alter. Stand complete. Stand by. Stärb! Die Stärben, Alter. Jetzt geht's wieder hier los, die alle mal. Alter. Die dazwischen, das ist echt ein Nerfisch. Die Stärken, das ist echt blöd. Und noch? Die Stärben! Arschloch! Mann! Ich will nicht hoch! Obwohl ich sicher, eigentlich. Relativ. Oder? Kommt hier runter? Geht hier noch irgendwas? Oh, kann Mummi sagen. Schön. Das ist ja super. Oh, kann Mummi sagen.